Live aus Berlin, die Akte 010. Guten Abend. Unser Thema, muss man alles tun, was einem der Arbeitgeber vorgibt? Der Fall, ein Moderator wird gezwungen, ständig wechselnden Kameraeinstellungen hinterherzusehen. Die Folgen, Verspannungen, Nackenschmerzen und Lähmungen. Und der Arbeitgeber reagiert zynisch. Sagt dem Moderator, stell dich nicht an. Du kannst ja gehen. Aber bei RTL nehmen sie dich nicht mehr und jetzt hör auf zu weinen. Die Akte 010 geht den Vorwürfen auf den Grund. Zurück bei Akte 010. Die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, dass Margarine Fett enthält. Fett Essen wie auf jeder Reise, jeder Reise, Margarine, Eimerweise, Eimerweise. Akte Reporter Jens Trautmann mit schockierenden Neuigkeiten aus der Lebensmittelindustrie.